Hallo du, ja du fragst dich jetzt bestimmt, wer ich bin und warum ich dich einfach so anspreche. Ja, wir beide kennen uns schon ziemlich lange. Ich bin nicht einfach irgendwer. Ich wecke dich morgens mit guter Laune zu Zeiten, wenn eigentlich noch keiner gute Laune hat. Ich spiele deine Lieblingslieder, obwohl ich keine Playlist von dir habe. Du hörst mir manchmal die ganze Nacht zu. Dich gab's schon? Da wurden Fotos noch nicht geteilt, sondern entwickelt. Ich habe dir das perfekte Lied zu deinem ersten Kuss geschenkt und später den ersten Soundtrack für deinen Liebeskummer. Ich bin bei dir morgens, mittags und abends und löse dabei keine Überwachungsskandale aus. Ich unterhalte dich im Auto und mache aus einem 20 Kilometer Stau die beste Party deines Lebens, obwohl ich kein berühmter Teenie-Star bin. Habe ich Millionen von Fans. Ich kenne nicht nur die Verkehrslage, nein, ich sag dir auch, wie man Staus umfahren kann. Ich berichte von deiner Stadt und aus der Welt über die Bundesliga und den Bundespräsidenten. Ich bin der Freund, dem du bis tief in die Nacht alles erzählst, wenn dir deine Freunde schon längst nicht mehr zuhören. Ja, dein Leben ist mein Programm und heute will ich dir Danke sagen. Nicht nur für die kleinen Momente und großen Gefühle, die wir schon geteilt haben, sondern auch dafür, dass du immer ein offenes für mich hast. Ich bin dein Radio.